Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine begeisterte Zuschauerin schreibt uns, eure Sendungen und Live-Gottesdienste schaue ich nun schon einige Jahre. Sie sind so aufbauend und ermutigend. Das ist einfach wunderbar. Vielen Dank und Gottes Segen für euch und eure Missionsarbeit. Und das ist auch das, was wir wollen, euch aufbauen und ermutigen, an Gott festzuhalten und wirklich euer Vertrauen, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Ja, genau. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Möglichkeiten oder Hindernisse? Das ist heute die Frage. Du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken auf gebet.bisionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wir freuen uns darauf. Möglichkeiten oder Hindernisse? Sehe ich in Situationen unseres Lebens, sehe ich Möglichkeiten oder Hindernisse? Gerade in der Zeit der Pandemie gab es viele Hindernisse, aber es gab auch ganz, ganz neue Möglichkeiten. Es war für uns sehr speziell, aber wir haben mehr Möglichkeiten gefunden wie Hindernisse. Das eine war das Hindernis, dass man sich nicht mehr treffen durfte und dann die ganze Abstand, Masken und das ganze Zeug, das war das sind Hindernisse. Aber wir haben so viele Möglichkeiten bekommen, dass wir viel, viel mehr Menschen erreichen. Und es ist auch in deinem Leben so, blickst du auf die Hindernisse, die vielleicht neu sind, die dich deprimieren, die dich runterziehen oder auf die neuen Möglichkeiten, die genauso im Raum stehen. Vielleicht Dinge, die du noch nie getan hast, Möglichkeiten, die du gar nicht für möglich hältst. Siehst du, was Gott tut oder limitierst du dich auf die Ebene, was du meinst, was nicht geschehen kann? Es ist deine Entscheidung. Und ich sage dir, limitiere dich nicht. Limitiere dich nicht auf die Ebene, was nicht geschieht, sondern blicke wirklich auf Gott und lass dir zeigen, was möglich ist. So manche sind vielleicht auf Gott sauer. Gott, wieso kannst du das zulassen? Für die anderen ist es das Gericht der Welt, dass die Welt untergeht. Oder für die andere das totale Ende der Endzeit. Ich sage dir, egal wie du das betitelst, ich sage dir, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten auch für dich, solange du auf der Erde bist. Und blicke auf die Möglichkeiten und nicht auf die Hindernisse. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder Möglichkeiten schenkst, da wo es eigentlich gar keine gibt. Und ich danke dir dafür, für neue Möglichkeiten. Herr, lass sie uns sehen und lass uns nicht schockiert sein von den Hindernissen und von den Dingen, die nicht gehen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der uns Neues schafft. Amen. Amen. Gott möchte dir helfen und deshalb wollen wir beten. Und folgendes Gebetsanliegen kam per E-Mail. Ich brauche Gebet gegen Migräne und Angst. Ich leide seit über 30 Jahren an Migräne und Ängste. Ich brauche echt ein starkes Gebet. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst und diese Migräne hat und diese Ängste hat. Und ich danke dir, dass wir diese Geistermigräne und der Angst jetzt brechen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass diese Migräne kein Anrecht mehr hat und dass du da kommst mit Veränderung. Ich danke dir, Jesus, dass deine Heilungskraft auch über Migräne stark ist und dass auch diese Ängste gebrochen sind in der Macht. Jesus, danke, dass du alles ans Kreuz genommen hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei dieser Person und auch bei all den anderen, die unter Migräne leiden. Danke, Jesus, dass du stärker bist und dass wir dir diese Menschen alle anbefehlen dürfen und dass dieser Geist der Migräne kein Anrecht hat und gebrochen ist durch das Blut, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail kommt dieses Gebetsanliegen für ein Baby. Bitte betet für meinen Neffen, der gerade vier Wochen alt ist. Ihm geht es sehr schlecht. Er hatte eine Infektion und seine Blutwerte sind sehr schlecht. Er befindet sich gerade auf der Intensivstation und man befürchtet das Schlimmste. Danke und Gottes Segen. Und Jesus, du kennst auch dieses Baby, vier Wochen alt. Und ich danke dir, dass deine Hand auch über diesem Kind ausgebreitet ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dieses Kind berührst und dass dieses Blut wieder in Ordnung kommt und dass diese Infektion gestoppt ist im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass dieses Blut wieder heil ist und wieder hergestellt in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du dieses Kind geschaffen hast. Und ich danke dir für dein Eingreifen. Und ich danke dir auch, dass du den Eltern auch Mut gibst und dass du mit den Eltern bist, ihnen neue Kraft schenkst. Danke, Jesus, dass du diese ganze Situation in deiner Hand hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen wie folgt. Bei mir wurde eine Sehnerflähmung festgestellt, nachdem ich im März aufs Gesicht gefallen bin. Kein Arzt hatte mir geglaubt, dass ich ungleich große Pupillen habe, bis es sich jetzt verschlechtert hat. Jetzt muss ich ins MRT, um zu schauen, ob ein Tumor oder sonstige Verletzungen da sind. Bitte um Gebet für Heilung. Danke, Herr. Herr, danke, Herr. Und wenn es noch so kompliziert ist und keiner so richtig weiß, was Sache ist. Herr, du weißt es. Und ich danke dir dafür, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Und danke, Herr, dass du jetzt auch der Berührende bist, der Heilende bist, Herr, auch für diese Augengeschichte. Ich danke dir dafür. Schenk den Ärzten Weisheit und ich danke dir, Herr, für komplette Wiederherstellung. Herr, dass das Sehvermögen wieder richtig gut wird, dass die Schmerzen weggehen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann bittet um Gebet für seine Frau wegen Herzbeschwerden. Er schreibt, meine Frau hatte vor zehn Jahren eine Herz-Bypass-Operation. Am 31.08.2021 wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass dieser Bypass wieder verschlossen ist. An einem Gefäß wurde eine 95-prozentige Stenose festgestellt. Nun steht sie vor einer erneuten Herz-Bypass-Operation. Bitte betet für das Gelingen der OP und dass sie die nötige Kraft hat. Danke für eure Gebetsunterstützung. Ja, genau das wollen wir jetzt tun. Danke, Herr. Herr, dass der Glaube da ist. Herr, das Gebet hilft. Und ich danke dir dafür, das Gebet hilft. Danke, Herr, dass du dieser Frau ganz besonders nahe bist. Danke. Danke, dass du den erstens Gelingen schenkst. Dieser Frau die Kraft schenkst. Und Herr, danke, Herr, dass diese Bypass-Operation richtig gut gelingt. Und Herr, dass das Ruhe ist. Lebenslang Ruhe. Ich danke dir, dass es richtig gut gelingt und dass wieder neue Kraft, Herr, in den ganzen Körper hineinkommt. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Gott erhört Gebet und viele Menschen berichten uns. Und per E-Mail erreicht uns folgende Gebetserhöhung. Liebes Gebetsteam, ich hatte um Gebetsunterstützung gebeten, weil mich Sorgen und Ängste über Gebühr gequält haben. Kurze Zeit, nachdem ich die Mail abgeschickt habe, haben sich die Sorgen und Ängste aufgelöst, sodass ich wieder hoffnungsvoll und zuversichtlich sein kann. Lieben Dank für eure Gebetsunterstützung und unserem Herrn für die Befreiung. Wunderbar, was für eine Veränderung. Folgendes Zeugnis per WhatsApp handelt von drei Gebetserhöhungen. Ich hatte euch gebeten, für meine Tochter zu beten, damit sie ihre Abschlussprüfungen besteht. Trotz Prüfungsangst. Mit Freude kann ich sagen, dass sie die Prüfungen gut bestanden hat. Gott ist so gut. Mit Freude kann ich euch auch mitteilen, dass meine körperlichen Symptome auch verschwunden sind. Ich liege ein starker Muskelschwäche und der Herr hat mich geheilt. Und ein weiteres Zeugnis ist, Gott kümmert sich auch um materielle Dinge. Daniel hatte in einem Gottesdienst auch für materielle Dinge gebetet. Als er dafür gebetet hatte, sagte ich, Herr, hilf mir auch. Als ich nach dem Gottesdienst die Waschmaschine startete, lief sie wieder. Davor hatte sie eine Woche nicht mehr gewaschen. Gott kümmert sich wirklich um alles. Ihm gebührt alle Ehre und danke für eure Gebete. Ja, das ist wahr. Gott kümmert sich um alles. Auch um unsere Alltagsdinge. Und eine Frau schreibt uns diese Gebetserhöhung. Liebe Geschwister, ich möchte mich herzlich für die Gebetsunterstützung bedanken. Unser Sohn hatte keinen Schulabschluss und hat seine Ausbildung jetzt so gut abgeschlossen, dass er den erweiterten Realschulabschluss hat. Das ist für uns ein großes Wunder. Danke. Und das macht wirklich Mut, Gott für alle Dinge zu vertrauen. Ja, das macht richtig Mut, Gott für alles zu vertrauen und selbst für die Waschmaschine. Ja, da könnte ich auch zahlreiche eigene Erlebnisse berichten. Auch das Materielle dürfen wir Gott hinlegen, wenn es da mal irgendwo klemmt. Das ist so richtig wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ja, mein Tipp, Möglichkeiten oder Hindernisse. Ich habe dieses Bild gefunden, wo auf dem Meer der Goldfisch im Fischglas ist und die Entscheidung hat, entweder im Fischglas zu bleiben und sagen, das ist mein beschränkter, eingeschränkter Raum. Oder rauszuspringen in das Meer, das unendlich ist. Und die Entscheidung hast du. Und ich finde das so gut illustriert. Und ich sage dir eines, entscheide dich. Wenn du in der Freiheit, in der großen Freiheit möchtest, dann spring einfach raus. Sie ist da. Es ist deine Entscheidung. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und triff diese Entscheidung. Wenn du Sorgen und Nöte hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag sind wir wieder für dich da. 10 Uhr Livestream oder YouTube. Unser Gottesdienst wird da live übertragen. Und wenn du montags von uns jeden Montag eine E-Mail haben möchtest über die Ermutigung der Woche, dann lass es uns wissen. Du kannst das eintragen auf unserer Webseite. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.